Schöpfleger, der Kämpfer, seid ihr bereit, die Ball ist jetzt auf, Bankreihen los geht's. Die langgekommene Zusammensaube, jetzt lieber los, ich wollte den Heissgenau, die Kurven, den Schnee, den Fahrtwind, das Gerüttel und Gedrücke genossen. Start bitte bereit machen, Thomas Schlümpf und Alfredo Sauter, euer Fahrt Freddy Kreiss, der Anschieber Peter Liesti. Als nächstes an der Reihe sind dann Rainer Wieger und Gabi Schumper, währenddessen sind Steffen Zimmer und Georg Herbner unterwegs durch den Eisknall. Jetzt im Rorschuh. Jetzt im Rorschuh. Hallo. Bin da alles so spannend, hatt's? Ja. Ja, muss man runter und gehen. Rauten zu und runter. Rauten zu und runter. Rauten zu und runter. Das muss ich machen. Wie soll ich sagen? Nein, 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 nein. Wie soll ich sagen? Ja, Hallo.